Schönen Nachmittag und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem letzten Heimspiel im Grunddurchgang, diesmal am Sonntag um 17 Uhr gegen den WRC. Ich freue mich hier wieder mit unserem Trainer Peter Stöger sitzen zu können und darf gleich rein in die sportliche Situation gehen mit Peter und Peter vielleicht die erste Frage nach dem Kader. Benni Pichl ist gesperrt, das wissen wir natürlich, aber gibt es noch Fragezeichen bzw. welche Überlegungen hast du für den Sonntag? Bitteschön Peter. Servus, Mahlzeit. Benni ist natürlich raus, ist klar. Dann haben wir noch zwei, drei Fragezeichen, Mike Madl hat leichte Probleme und Joe Handl ist noch nicht ganz fit, das wird sich dann im Laufe der Woche zeigen, mit dem heutigen und morgigen Training halt dann ganz einfach nochmal vor dem Sonntagsspiel, ob sich das ausgeht oder nicht ausgeht. Dafür sieht es einmal so aus, dass das noch zwei Spielen Weser Di Marco im Kader aufscheinen könnte. Der ist jetzt soweit gut unterwegs und ansonsten ist eigentlich der Kader ergibt sich so, wie er auch in den letzten Wochen dann eigentlich war. Ich sage nochmal ganz kurz vielleicht auch zur Ausgangssituation. Die Chance auf die ersten sechs ist ja nicht mehr da und für uns ist ganz klar, dass wir zwei Zugänge haben. Das eine ist, wie jede Woche ein Spiel, das man angeht, gewinnen zu wollen. Blickrichtung, Positionierung, für die unteren sechs so gut wie möglich dazustehen. Deswegen wollen wir den Dreier mitnehmen und auf der anderen Seite ist auch klar, dass es ja jetzt noch eine Konkurrenzsituation von anderen Mannschaften gibt um die Plätze oben und da werden wir alles unternehmen, dass wir ein total faires Spiel machen. Das heißt, wir werden alles unternehmen, das Spiel zu gewinnen und dann mal schauen, wer es schafft unter die sechs von den Konkurrenten. Das wäre es einmal. Dankeschön, Peter. Vielleicht der Vollständigkeit halber, Markus Suttner ist noch nicht fit oder da ist noch im Aufbau, aber ich glaube, es ist auf einem sehr guten Weg auch, oder kann man sagen? Ja, wird nach der Länderspielpause hoffe ich dann auch wieder zur Verfügung stehen, ja. Sehr gut, super. Meine Herren, wir wollen wie immer verfahren, bitte mit Handzeichen und Mikro auf und los geht's. Peter Glöbel, Kronenzeitung, möchte beginnen. Bitte, Peter. Peter, servus. Servus. Wie war die Stimmung in der Woche? Läuft jetzt schon quasi das Unternehmen Platz 7? Ist das Top 6? Habt ihr das verarbeitet? Wie habt ihr das in der Woche gelöst? Ja, es war schwierig, sagen wir so zu Beginn der Woche, aber wir haben ja verschiedene Szenarien auch durchgespielt, schon von Beginn der Frühjahrsmeisterschaft, als wir reingegangen sind, da waren wir Zehnter, da haben wir gesagt, okay, wir müssen schauen, dass wir die Zielsetzung, solange es die gibt, unter die Sechs zu kommen, dass wir die fokussiert angehen und ansonsten geht es darum, bessere Spiele zu machen und wenn wir es nicht schaffen sollten, dann gibt es quasi den Plan B, den haben wir ja immer so kommuniziert, das heißt, auf das haben wir uns jetzt dann auch verständigt, aber es ist schon logischerweise ein wenig schwieriger gewesen, die Tage für alle das auch jetzt einmal so zur Kenntnis zu nehmen. Man muss dann halt am Ende auch sagen, wenn wir bei uns eine Verbesserung des Teams sehen, was die Geschlossenheit betrifft, wenn wir so kleine Verbesserungen sehen, was das Spielermannschaft betrifft, wenn wir dort auch mal ein bisschen was Positives bei einzelnen Spielern sehen, muss man allerdings auch zur Kenntnis nehmen, dass wenn du bei den großen Sechs dabei sein möchtest und gegen die Mannschaften, die vorne stehen, mehr oder weniger kein Spiel gewinnst, dann ist es am Ende vielleicht auch gar nicht verdient, das muss man dann auch so zur Kenntnis nehmen und ich glaube, meine Jungs verstehen es mittlerweile mit Dingen auch realistisch umzugehen und sich der Situation ganz einfach zu stellen, also wir haben zu wenig Punkte gemacht gegen Mannschaften, die vorne sind und haben den Anspruch gehabt, oben dabei zu sein. Vielleicht ist das auch alles nicht ganz stimmig bei allem, was wir in so anderen Prozessen als positiv bewerten. Johannes Bahndl von Sky. Peter, diese Sperre von Benni Pichl, auf die möchte ich noch ganz kurz eingehen. Fünf Spiele ohne Bewährung ist etwas, das in Österreich in den letzten Monaten, Jahren eigentlich recht selten vorkommt. Und die Länge dieser Sperre, wie ist die bei euch angekommen, wie ist die beim Spieler angekommen, ein Spieler, der in seiner Karriere bisher drei Gelbe Karten bekommen hat? Ja, es ist ein ganz schwieriges Thema, weil über allem natürlich steht, dass Ingolic wahnsinnig lange ausfallen wird. Und das tut uns allen wahnsinnig leid und tut uns auch allen wahnsinnig weh. Und dem Benni Pichl am meisten, ich glaube, dass er mehr darunter leidet, dass er eine außergewöhnlich lange Sperre bekommen hat, leidet er mehr darunter, dass der Ingolic sehr, sehr lange ausfallen wird. Also das muss man ganz einfach so sagen, dass die Komplexität der Geschichte schon so ist, dass fünf Spiele halt auch etwas Außergewöhnliches an Sperre bedeutet, hat sicher mit dem Verletzungsgrad zu tun. Und nachdem, wie du richtig sagst, der Benni, das ist, der diese Sperre ausfasst, und man weiß, wie er eigentlich so als Sportsmann ist, nämlich extrem fair, extrem korrekt, ist das halt doppelt bitter. Also es ist nicht jemand, der jede Woche die Leute zerlegt am Spielfeld, sondern ganz im Gegenteil. Und deswegen ist auch das Strafmaß, das ist halt gefühlt hoch. Aber wir wissen es auch, dass das Bitterste an der ganzen Geschichte natürlich die Verletzung ist. Die war unbewusst, nicht gewollt, aus der Aktion heraus, und das, glaube ich, das wissen auch alle Beteiligten. Aber es ist halt unangenehm in beide Richtungen, klar. Noch eine kurze Nachfrage zu dieser Thematik. Weil in die Länge der Sperre, und du hast es jetzt doch mehrmals erwähnt, natürlich diese Verletzung von Ingolic wahrscheinlich auch eingeflossen ist. Inwiefern hat sich da vielleicht auch der Strafsenat, ich mag jetzt nicht sagen, eine Baustelle aufgemacht, weil natürlich jetzt es dann so sein wird, dass beim nächsten Sündesmosebandriss, unter Anführungszeichen, wo ein Spieler auch drei bis vier Monate ausfallen kann, müsste ja dann im Prinzip die Sperre auch nicht zwei Spiele sein, sondern müsste ja dann auch mehr sein bei einem Klattrot-Foul. Hat man sich da vielleicht eine Baustelle aufgemacht in deinen Augen, weil einfach die Schwere der Verletzung in diese Strafe mit einwirkt? Also ich bin total sicher, dass das mit eingewirkt hat in dieser Bewertung. Ob man sich eine Baustelle aufgemacht hat oder nicht, weiß ich jetzt nicht, mag ich auch nicht beurteilen. Aber ich glaube natürlich, dass wenn das eine Verletzung oder im Idealfall keine Verletzung gewesen wäre und das Foul wäre gewesen, wäre die Sperre sicher nicht mit fünf Spielen geahndet worden. Und deswegen ist es auch schwer zu argumentieren, wenn wir sagen, fünf Spiele sind zu viel. Wir wissen, wie Penny Pichl normalerweise spielt und wir wissen, dass es unglücklich war und nicht bewusst war. Deswegen ist es halt auch viel, aber du hast im Wald auch kein Argument, weil jedes Argument ist. In Zeiten mit diesen haben wir sehr, sehr viele Totschlagargumente. Und da ist natürlich das, dass der sechs, sieben, acht Monate möglicherweise ausfällt, der Junge. Es tut uns leid, also du kannst jetzt dann auch sagen, der kriegt fünf Spiele. Du kannst das nicht aufrechnen, aber ja, ich glaube, dass, oder bin mir sicher, dass die Schwere der Verletzung mit reingespielt hat. Und ob das dann in den nächsten Bewertungen dann auch so sein wird, weiß ich nicht. Ich hoffe ja doch, dass wir nicht bei jeder roten Karte so eine Verletzung haben. Und jetzt noch abschließend, was bedeutet das auch sportlich für die Mannschaft? Ich meine, Penny Pichl ist jetzt kein unwichtiger Spieler, zehn Scorer-Punkte, der macht in 20 Einsätzen, sechs Tore, vier Assists, glaube ich, war es. Aber was bedeutet das auch, wenn dir quasi die Hälfte der Qualifikationsrunde mehr oder weniger fehlt? Das ist eine unangenehme Situation für uns. Das ist, glaube ich, wir haben ja auch gesehen, dass er jetzt in den Spielen, wo wir, in den letzten zwei Spielen ist er fast untergegangen, dass er ja nicht ganz fit war, sein Spiel ja draußen war, dass er beim zweiten noch nicht so weit war, dass er von Beginn an spielen hatte können und es hat sich sicher nicht positiv auf unser Spiel ausgewirkt. Er ist ein wichtiger Spieler für uns geworden und es ist halt für uns schon ein Nachteil, aber damit müssen wir halt ganz einfach auch fertig werden. Das ist halt, wie wenn jemand eine, wir nehmen es dann halt immer so, wie wenn jemand eine Muskelverletzung hat und dann einmal vier, fünf Wochen raus ist, muss man auch damit fertig werden. Aber es ist sicher keine positive Geschichte für unsere Mannschaft. Weitere Fragen bitte, meine Herren. Peter Klebel, Kronenzeitung wieder. Eine Frage, ein bisschen weiterblickend. Bist du froh oder sagen wir so, ist es kein Nachteil, dass deine Spieler jetzt in der Länderspielpause nicht quer durch Europa fliegen müssen und du die alle beisammen hast für die Vorbereitung auf diese untere Abstiegsrunde? Wir hätten alle viel Spaß, hätten wir unsere Jungs Anfragen von ganz Europa für Einberufungen von Nationalmannschaften. Das ist immer wieder halt noch ein Qualitätsmerkmal. Und dann stellst du dir halt der Situation, wie sie halt momentan ist. Aber ich bin immer ein Freund davon, wenn Einberufungen kommen für die Nationalmannschaft, das ein Zeichen ist, dass die Jungs gut unterwegs sind. Das ist auch so, wie es ist. Wir arbeiten ja daran, dass unsere Spieler Einberufungen bekommen, dass sie sich weiterentwickeln. Ich habe schon alles gehabt. Man kann als Trainer mit allem umgehen und man kann alles handeln. Ich habe schon Trainingsgruppen gehabt mit fünf Spielern und habe auch Trainingsgruppen in Länderspielpausen, wo fast alle da sind. Das ist immer ein gutes Signal, wenn viele angefragt werden und unterwegs sein sollten. Mikro auf, Peter. Kurze Nachfrage nur, Nationalmannschaft. Dein Kollege Jesse Marsch hat sich geäußert zur Nicht-Nominierung des Tormannes. Was sagst du zur Nicht-Nominierung deines Tormannes? Das ist eine leinige Entscheidung von Franco Fodor, dass er das so bewertet, wie er es bewertet, dass wir, ich glaube, das habe ich auch in den letzten Monaten des Öfteren gesagt, total zufrieden sind und total happy sind, wie der Benzi bei uns im Tor drinnen steht und er ein Garant dafür ist, dass wir überhaupt in der Lage waren, bis vorige Woche darüber zu diskutieren, dass wir unter diese Ecks kommen können. Das ist ein großer Anteil dafür auch, dass er seine Leistungen gebracht hat. Wir sind total zufrieden mit ihm. Einberufung für die Nationalmannschaft macht der Teamchef. Thomas Muck, habe ich vorhin Handzeichen gesehen. Bitte, Thomas. Peter hat schon meine Frage zum Teil vorweggenommen. Wenn man die im Großkader sieht und der Patrick ist nicht einmal auf Abruf dabei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht verstanden. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, weil wie du richtig skizziert hast, der Patrick hat nicht im Herbst, sondern auch im Frühjahr überragend gehalten. Ich glaube, ich habe gerade alles dazu gesagt. Dann hätte ich noch zwei Nachfragen. Die erste ist zum WRC. Der Roman Stari hat ja übernommen. Inwieweit hat sich damit auch die Ausrichtung der Mannschaft verändert? Also es hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert, meiner Meinung nach. Es wird jetzt nichts Überraschendes auf uns zukommen. Alles das, was man an Qualität beim WRC kennt, ist weiterhin da. Und die eine oder andere Problematik, die sie in ihrem Spiel haben, die gibt es, so hoffen wir da auch weiterhin. Aber es ist da nichts Außergewöhnliches passiert. Und die dritte Nachfrage ist zu dir persönlich. Du hast gesagt, dass du so bis Mitte, Ende März eine Entscheidung treffen wirst. Gibt es von dir schon eine Tendenz? Und wie sieht die Lage jetzt für dich persönlich aus? Hat sich noch nichts verändert. Hat sich noch nichts verändert. Alles offen. Johannes Bandl, Sky wieder. Dann schließe ich da gleich mal an. Die monatliche Frage. FC Köln ist noch immer nicht so richtig in den Tritt gekommen. Immer wieder wird an dein Name auch in den deutschen Medien gehandelt. Gab es diesen Monat in den letzten Tagen, Wochen, Stunden, Minuten Kontakt? Oder weiterhin nichts? Nein. Also was man ganz klar sagen kann, damit kann er immer wieder wer auch nachfragen. Das ist ja auch alles okay. Verstehe ich ja auch. Also bis zum Ablauf meines Vertrages werde ich zu 100% hier bei der Austria sein. Das kann ich sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Ohne dass es jetzt eine Tendenz in irgendeiner Richtung gibt. Oder sonst irgendetwas. Sondern es sind diese Spiele und diese Zeit ganz einfach zu wichtig. Und es wird nichts kurzfristiges, sondern eine Veränderung geben. Gut, meine Herren. Weitere Fragen. Johannes Bandl, Sky wieder. Dann noch eine Frage. Es ist der strategische Partner. Zehn Tage offiziell. Hat sich irgendwas verändert in den letzten zwei Tagen? Oder ist alles wieder vor? Hat sich noch etwas Gravierendes verändert? Nein. Weitere Fragen. Thomas Schrenk, bitte. Von der APA. Jetzt schon vorausblickend auf diese Spiele in der Qualifikationsgruppe. War ja voriges Jahr auch so, wo man sich recht souverän präsentiert hat. Aber inwiefern muss man sich da einstellen? Inwiefern muss man das dann in einem Spielstil vielleicht ein bisschen verändern? Weil man doch jedes Mal als Favorit ins Spiel gehen wird. Ja, da braucht man eigentlich nichts verändern. Also wenn ich sage, dass wir gegen die Mannschaften, die vornstehen, keine Punkte gemacht haben. Und dann haben wir ja gegen andere Mannschaften relativ viele Punkte gemacht. Das sind möglicherweise auch die Mannschaften, auf die wir wieder treffen. Ohne überheblich zu sein. Aber diese Favoritenrolle, die können wir dann auch schon angehen. Ich glaube halt eher, dass wir diesen Bereich natürlich abzudecken haben. Dass wir schauen, dass wir so gut wie möglich zu punkten und diese Gruppe dann auch zu gewinnen. Das ist unsere Zielsetzung. Und der zweite Bereich, auf den wir aufpassen müssen. Und das ist halt auch wichtig, dass wir versuchen, Klarheit auch in einigermaßen für die Spieler zu schaffen. Also was ihre Planbarkeit betrifft. So wie ich es gesagt habe, wir haben sehr, sehr viele Spieler, wo die Verträge auslaufen. Und der Thematik müssen wir uns jetzt auch in irgendeiner Form einmal annähern. Und das wird dann auch in dieser Zeit passieren. Und da muss man dann schauen, wie man dieses Konstrukt dann quasi weiter positiv am Laufen halten kann. Wo ich schon ein gutes Gefühl habe bei unseren Jungs. Aber es ist natürlich schon eine Thematik. Wir haben uns jetzt dann klar darauf committet, wir schauen, ob wir unter die Sechs kommen. Das haben wir jetzt nicht geschafft. Und dann habe ich auch Verständnis dafür, dass mehr und mehr auch diese persönliche Situation für sie auch mit in den Vordergrund rücken wird, weil sie ihre Planung haben müssen. Und die Planung, da ist bei vielen auch die Idee Austria-Wien dabei. Und das müssen wir jetzt dann angehen. Und das wird die Aufgabe der nächsten Wochen genauso sein, wie ordentliche Spiele abzuliefern. Das heißt, es wird jetzt in Zukunft auf die Spieler-Zukunft angesprochen. Es wird wahrscheinlich eher wichtig sein, dass das erst bald bei vielen passiert. Ja, klar. Der Jukic hat das schon unterschrieben, zum Beispiel. Aber es gibt ja noch viele andere. Genau, genau. Ich weiß es gar nicht, aber es sind 13, 14 Spieler, wo die Verträge halt auch auslaufen. Jeder mit seiner eigenen Geschichte. Und da muss man auch Verständnis dafür haben. Also das ist eine total persönliche Geschichte, die jeden Einzelnen betrifft. Jeder hat seine eigene Story zu der Thematik. Und du musst dich mit jedem in irgendeiner Form auseinandersetzen. Und da wird es am Ende dann möglicherweise nicht für jeden in eine positive Richtung gehen. Manche werden zufrieden sein. Aber wenn man will, dass man den Fokus wieder auf dem Fußball hat, dann ist es wichtig, dass Menschen Klarheit bekommen. Und die Klarheit kann auch manchmal unangenehm sein. Aber dann kann man sich damit auseinandersetzen. Und das, was wir jetzt gehabt haben, war vieles eben aufgrund der Geschichte unseres strategischen Partners. Vieles unklar. Und jetzt muss man ganz einfach in die Gänge kommen und zu schauen, dass man Lösungen anbietet, wie auch immer die dann am Ende des Tages ausschauen. Aber Klarheit ist schon etwas, was du brauchst, um eine Orientierung zu haben, wie es dann in Zukunft für einen selbst weitergeht. Natürlich auch für den Verein, aber ich rede jetzt einmal aus der Sicht der Spieler. Ja, dann kurz noch einmal. Gibt es eigentlich auch Spieler, auf denen man vielleicht auch schon mitgeteilt hat, dass man sich in Zukunft eher nicht mehr beim Verein zieht, ohne dass es das Bösen anhebt? Ja, ja, nein, nein. Es gibt ja ein paar so routiniertere Spieler auch, die nicht nur auf dem Bangle sitzen und so. Ja, es gibt auch jüngere Spieler, die nur im Bangle sitzen. Also es ist ja vollkommen egal. Jeder hat seine eigene Geschichte, das ist ja das, was ich meine. Und es gibt vielleicht junge Spieler, die sich unbedingt da sehen noch. Es gibt vielleicht junge Spieler, die eine andere Option haben. Es gibt arrivierte Spieler, die unbedingt nur da bleiben wollen. Also wir haben eine totale Mischung und total unterschiedliche Zugänge. Das heißt, du kannst es nicht über einen Kamm scheren, sondern du musst dir wirklich mit jeder Personale logischerweise total intensiv auseinandersetzen. Was ist die Idee des Vereins? Was ist auch leistbar? Was ist umsetzbar? Und was ist wiederum die Zielsetzung der Spieler? Und wir haben uns ja auch darauf verständigt. Und deswegen ist das ja alles total quasi in dem Zeitraum, den wir besprochen haben. Dass wir schauen bis zum Ende des Grunddurchgangs. Was ist dann? Und dann haben wir hoffentlich auch mehr Klarheit im Klub. Und das werden wir jetzt auch angehen. Das meine ich damit, wir sind nicht hinten auch, sondern wir haben das so kommuniziert. Deswegen ist die Stimmung auch okay. Aber das ist das, wo du jetzt dann die Signale aussenden musst. Und mir ist auch klar, dass da sehr, sehr viele unterschiedliche Szenarien im Raum stehen. Das ist ja auch klar. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe keinen Moment. Dann sagen wir Dankeschön, danke für euer Interesse. War wieder eine interessante Fragenrunde. Und wir wünschen euch jetzt schon ein schönes und für die Austrierer Familie hoffentlich erfolgreiches Wochenende. Dankeschön und Servus. Ciao. 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 Ciao.